Geht nach einem Trapper aus, oder? Ja, ich habe hier eine Falle vor mir stehen und die Falle ist gleich abgedunkelt worden. Siehst du? Bist du an einem Generator? Ja, ich sehe dich. Insofern du Cluedet bist. Ich habe gar nicht darauf geachtet, was spielen die anderen beiden. Einer Drade, einer Drake. Drake 5. Drade Level 40. Okay. Codrim Farm, schön dunkel, mag ich. Hat er dich schon? Hm. Warum sagst du nichts? Du hast doch gerade noch neben mir gehockt. Nein. Ja, eben. Ein bisschen länger her. Ich stelle mich in letzter Zeit einfach nur zu doof an. Oh fuck. Aber wirklich doof. Oh Gott, jetzt kommt der Nia. Ja, er legt eine Falle. Noch eine Falle. Ne, die nimmt er mit. Die legt er. Ne, warte. Der kämpft da jetzt. Ernsthaft? Der bleibt da jetzt stehen? Ja. Jetzt tut er die in den Gras direkt gegenüber von mir. Schräg gegenüber von mir. Tut er jetzt noch eine Falle rein. Und jetzt wartet er. Geht hinterm Heuballen. Geht zum Feld. Jetzt ist er beim Baum. Naja. Bei mir unten rechts ist gerade ein Dreier-Pirk aufgetaucht. Also ich habe jetzt drei Perks unten stehen. Ich kann hier nur zwei mitnehmen. Ist das normal? Ja, das ist ein Perk von einem der Level 30. Das sind diese, wo ich von nicht geredet habe. Ah ne, warte mal. Wenn das der Orangene ist, dann ist das der von... Es gibt einen Perk von... Ist der weg bei dir, der Killer? Ja, ja. Der ist beim Baum hinten gehindig geworden. Achso, warum sagst du das nicht? Habe ich nicht mitbekommen. Habe ich echt nicht mitbekommen. Ist nicht so... Nicht da vorne. Da bist du gleich in der Falle, wenn du da jetzt weiter gehst. Hier? Ich habe meinen Fallen-Pirk natürlich heute nicht drin. Komm, raus aus dem Fenster. Und rein in die nächste Falle. Komm mal mit. Der kann sich selbst verarzten, ja. Der soll das machen. Ich brauche gar nicht langsam gehen. Die fallen sich ja so oder so nicht. Entweder ich lande in einer oder nicht. Hier war doch gerade noch ein Generator. Da. Ja, da. Aufpassen. Nein. Gott, das ist düster. Der andere hängt da unten und ist gleich tot. Outburst, bei ihm ist der Killer in der Nähe. Der läuft gerade hinten. Oh ja, er ist beim Outburst. Er läuft gerade um... Er läuft auf dich zu. Er läuft euch... Aufpassen. Nicht in die Richtung. Hier nicht. Ja, aufpassen. Ganz, ganz vorsichtig. Ich hoffe, der hat vor dem Fenster keine Falle gelegt. Wie, kommt nicht hinterher? Warum läuft der nicht hinterher? Doch, doch, doch. Oh nein. Gott. Ja. Ja, fröhliches Abstreifen. Dankeschön. Nein! Nee! Nee, hat er nicht. Oh. Ja, ich esse Schwein und er lässt jetzt ab und du kannst, falls die Pfanne... äh, falls die Hedge da... Er hat abgelassen. Er ist zum anderen gerannt. Oh. Die Frage ist jetzt natürlich, wo renne ich hin? Also da schaut es nicht aus. Als wären die Hedge da. Keine Ahnung. Müssen wir gucken. Erst mal ein Stück weg, komm hier. Wo liegt der andere? Den hat er auf dem Dingens und tut ihn gleich im Feld aufhängen. In der Nähe, glaube ich, vom Mähdrescher oder was das da ist. Nee, im Keller. Nee, im Keller. Er geht mit dir in den Keller. Von Grasbüschel zu Grasbüschel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Killer mindestens 50 ist und Rang 1 oder so schon wieder. Wenn es wieder True Talent ist, ne? Die Hedge ist jetzt schon tot? Vielleicht war der vorher schon mal auf dem Haken. Hedge ist theoretisch offen. Jetzt muss ich die ganze Zeit kriechen? Mhm. Ich muss ja kriechen, weil Zeit läuft ja. Also die Hedge könnte noch in der Nähe vom Haus sein. Also von dem Großen da. Mhm. Wo der Keller ist. Ist ja die Richtung hier. Mhm. Oh. Ich sag dir, das ist wieder so ein 50-Einser-Kandidat. Mhm. Ich gehe hier ins Gras wieder zurück. Ja, die Hedge ist wahrscheinlich ums Haus. Oh, scheiße. Oh, shit. Der hört mich. Ja. Er hat dich jetzt 100 bekommen. Ja, jetzt hat er mich. Wiggle, 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 wiggle. Der will mit den 100%igen in den Keller. Oh, scheiße. Hier ist schon ein Haken. Direkt vor der Nase ist ein Haken, ja. Kannst nichts machen. Okay. Hätte gerne noch gewusst, wo die Hedge ist. Ja. Ah, wie der ein harter Killer. Nein. Doch nur 16. Rang 16 jetzt. Ja, Rang 16, ja. Ja, aber das Tor modlich war tatsächlich von ihm. Mhm. Mhm. Ja, also 16. Ja. 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 Vielen Dank.